Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yesheos Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. So, hier ist noch Kohle, die nehme ich auch noch mit zurück. Kohle auf jeden Fall, weil die ist wichtig. Ich habe ja gerade jene Menge Kohle eingetauscht im eingeborenen Dorf und die brauche ich. Kohle vorkommen bei mir, ich glaube ich habe noch zwei fehlen 60er Stapel oder so, kann ich das ganz gut gebrauchen hier. Auch noch Kohle vorkommen. Ich bin natürlich schon mal im Park. direkt mitnehmen. So. Oh, Alter. Oh, ich kriege mal Akazienbäume. Geil, was ist das denn? Kohle. 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 Eier. Oh, guck mal hier, ey. Super, klasse. Geil, 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 geil. Das kann ich gebrauchen. Kohle ohne Ende hier. immer schön auf dem fahrt der tun bleiben wir sozusagen wie das aussieht wenn ich mich verlaufen weiß ich kann ich mir wieder in der ecke zum sterben suchen damit ich meinen heimweg finde oder wo ich ihn frage ich hier und oh coole 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 was soll ich denn mit mir spielen aber irgendwas muss ich mir entsorgen hier ich mich hier durch die kohle ach ja stimmt das habe ich ja gemacht dieses durchwühlen hier durch die kohle ohne jetzt ohne die mitzunehmen das habe ich ja extra gemacht damit ich den tag dann auch hier schnell angekommen bin am ziel wollte ich ja sowieso dann später abholen so wie ich das jetzt gemacht habe denke das ist der richtige weg oder ach kann sein dass ich die map wieder nicht aufgemacht habe hier habe ich auf dem zwischenstück da wieder keine map aufzeichnen schade eigentlich irgendwann muss ich mal gucken dass ich mal die ganze karte mal so ablaufe oder so die map mal vollständig mache aber das kann dauern aber das kann dauern so weiter geht es los weiter geht es los rennen rennen das kann ich mir da hin ich bin ja jetzt schade ich bin ja halb voll verloren der betrunken ich bin wirklich aber nicht ich bin wirklich jetzt mir jetzt Richtig viel Erfolg. Mehr. Vielleicht jetzt doch noch was. Wahnsinn. Das ist auch noch was. Wir haben aber teilweise eine komische Verteilung dieser Kohle vorkommen, finde ich. Also hier wieder ein, da wieder ein. Wo ist? Was? Was? Wo? Hehehe. Ich glaube, wir haben Nacht über, endlich sind die Monster wieder am rummockern. So sieht es denn hier aus. Und wer bin ich denn? Definitiv auf der Falschen. So. Jo. Bravo. Super. Das schaffen wir auch noch. Ist nicht mehr. Ja. Okay. Ich bin nicht leser. Ich bin nicht mehr. Und wer ist es. Ich bin nicht mehr. Ja. Ich bin nicht mehr. Also hier bin ich. Bloß nichts verkommen lassen. Das war zu langsam. Oh, fast zu Hause. Da unten sind auch noch Monster. Die kommen aber nicht hoch. So, wieder im sicheren Hafen. Eigentlich geht der Weg. Eigentlich ist ja gar nicht so schlimm. Wo habe ich denn Sand gehabt? Habe ich für Sand nicht ein eigenes Gies? Was? Neta? Hier habe ich. Was? Ach, oben habe ich Erde. Da. Oh. Ich wusste schon gar nicht mehr wo ich die Inge packte. Eisenpflanzen. Ehm. Ehm. Gucken. Um ist Sand. Ehm. 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 Da muss ich jetzt nicht mitkommen, ich will doch die Karte da dran machen, die nicht, die anderen, dann beiden, ja. So ist das, bei einer Karte wird der Namen automatisch runter, dann stehe ich das. Schick, sehr schick. Dann schmeißen wir uns mal die Karten hier rein. Muss mal gucken, was ich hier alle für Karten habe, irgendwie. Kann ich mal irgendwann alle hier weg kloppen oder so. Wolle habe ich noch, siehst du. Kann ich aber glaube ich hier auch machen. Will blauen Farben. Komm, na. Wolle rein. Wolle rein. Wolle rein. Wolle rein. Und hier ist das. Binnenseide. Holz. Ganz edles und besonderes hier schon eigentlich. Das ist Fichte, das ist Birke, das ist Eiche. Oh, Chris, Hallo, Chris 3006, wie geht es dir? Akazienurz, da haben wir ein richtiges Akazienurz, das kommt noch mit hier rein, wunder, herrlich. Und hier hätten wir ein hohes Ammelfleisch, oh, jetzt schmeißen wir die Steine raus, Steine. Ich habe ja auf dem Weg von dem eingeborenen Dorf nach, hier habe ich ja noch mal so viel, Tja, oh, warte mal, die Sicherheit jetzt ist. Es sind Schaufel, die ich aus dem eingeborenen Dorf hinten ergattert habe, weg damit. Oh, ein Ersatzschwert, dann nehme ich mal einfach das hier mit solange. Und jetzt geben wir mal ein paar Akazienpflanzen. So, hier haben wir ja unsere Baumfahnen. Mal überlegen, ob ich hier irgendwo. Eigentlich hier machen, die Reihe. Habe ich eine Birke? Fünf Stück. Hm, habe ich auch. Den nehme ich weg. Auch. Und den nehme ich auch. everyone's. Mann, was weiß ich? Nachdem kommt da jetzt viermal Akazienholzer. Ja, danke, danke, mir geht das gut, was sollte ich sagen, fine, thank you, I hope you are fine too. So, dann setzen wir uns hier, ja, dann muss ich erstmal warten, bis das weg ist, ne? Das ist weg, das ist auch weg, und hier kommt auch nochmal. Akazienholz hin. Ich glaube, ich werde hier auf dem Berg, werde ich auch mal so ein, zwei Akazien noch hinpflanzen. Einfach nur, weil ich kann. Das war's, mehr hab ich noch. Oh, glatt, wen habe ich denn da noch? Lena Hass, Hallöchen, genau. Hallo, hallo. Die wachsen aber ganz schön langsam. Wer hier wächst überhaupt nicht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ist auch nicht schlimm. Wir gucken einfach mal. Irgendwann werden die aufwachsen. Oh. Danke für das Kompliment. Aber ich glaube, dass das nicht so ganz stimmt. Mindestens nicht in diesem Modus hier. Jetzt habe ich doch glatt was vergessen. Ich wollte doch hier meinen Weg mit den Seerosenblättern weiter auslegen. Damit ich hier drüber laufen kann übers Wasser. So, jetzt habe ich meine Farben. Nichts mehr ins Wasser fallen. Werde. So, jetzt habe ich den Seerosenblättern. 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 Mein rätselnder Gesichtsausdruck. Ich werde gerade hier auf Englisch angeschrieben und verstehe definitiv nicht jedes Wort. Zwei Probleme. Da fehlen noch einige Vokabeln. Ja, eine oder andere Sache hier. So, jetzt habe ich den Seerosenblättern. so, jetzt habe ich den Seerosenblättern. Na, das ist aber ein großes Feld hier. Boah, das ist doch... Schaffen wir das auch noch? Das Feld hier. Das Feld hier. Das Feld hier. So, jetzt aber. So, jetzt gucken wir hin. So, das verstehe ich wieder. How many cows do you have? I don't know. So, massive too much. I don't know. I can't count them. So, wie viele es auch vorher waren. So. So, jetzt sind da many more cows. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Äh, no. Das mache ich nicht, ne? Eigentlich überhaupt nicht. Wen habe ich denn da? Rix 2011. Ja, danke fürs Folown und willkommen am Xen Kessel. Und hallo. Wow, hier noch. Birkenholz. So, Birkenholz muss noch raus. Birkenholz habe ich hier auch noch. Habe ich noch. Habe ich noch. Fleisch. Jetzt sammelt sich auch mal ein Zeug an hier, ne? Das ist echt der Hammer. Das Werkzeug. Da habe ich. Leder. Hm. 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 Fleisch. So, sonst noch was? Ja, ich glaube schon. Und zwar hätte ich noch Seerosenblatt über. Birkensetzlinge. Weizen. Oh, ah, okay. Oh, on YouTube, uh, I have, um, I can't see all the, uh, followers, all the Abonants. Because most of these Abonants are private. Ja, Chris, eh, danke fürs Followen und willkommen im Hexen Kessel. Was denn? Wo habe ich denn? Da unten? Oh. So. Versuch's jetzt nochmal. Holz kommt hier hin. Ja. So. So. Ab nach oben. So. 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 Schau mal sich das hier an. Hm. So. So. Oh. So. Das ist mein Garten. So, jetzt gibt es noch Kartoffeln, da können wir die Schweine nämlich auch nochmal füttern. So, jetzt, äh, ne, das bleibt nicht stehen, nein, nein, nein. Das bleibt jetzt stehen. So, Kartoffeln, Schwein, ich komme. So, jetzt, dann, da, 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 da. Oh Geschafft! Guck mal, die Akazien sind schon bewachsen. Wie geil ist das denn? Klasse! Super! Ja, jetzt habe ich es geschafft, ich habe Akazien-Ei geführt sozusagen oder ein, wie sagt man, importiert. Oh! 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 Geil für! Was ist hoch? Oh! 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 Da sind die hoch, die Dinger. Da kommt man gar nicht dran. Jetzt aber! Hmmmm... So, dann werden wir hier noch eine neue Akarziehe anpflanzen. Da haben wir zumindest schon mal anständig Akazienholz gesammelt. Meine sind glücklich, die Kühe sind sehr viel und sehr glücklich. So, jetzt habe ich auch wieder ein paar Setzlinge. Die kann ich mir auch hier reinbauen, sehr schön. So, Möhrchen und Töffelchen. Zack. Wahnsinn, ich sollte mal echt sortieren hier. Und wie viel ist das hier? Zucker, Heizenkörner. Ich muss das schon gar nicht mehr zählen hier. So. Hier, ich komme nach da. Zwei. Drei. So. Ein bisschen Papier stelle ich noch her. Zwei. Rimmer. So. Okay. Eine Hütte, das ist ja ... Jetzt habe ich natürlich auch keine Maps mehr. Ich habe noch Kompass, Kompis, Kompasse, noch mal. 2 Stück habe ich noch, die werde ich jetzt erstmal hier, erstmal nochmal 2 Karten bauen. Na so, naja ... Jawoll, so, Papier haben wir, Karten haben wir, wieder ... Sehr fattig. Ich weiß zwar nicht, was das hier alles für Karten sind, aber ... Das hat geräumt, das hat jetzt richtig geräumt. So. Und hier haben wir Arkazium. Kann man so richtig schöne Bodenmuster daraus machen aus dem Zeug. Richtig schöne, coole Bodenmuster. Ja, Arkaziumholz nimmst, weißt du, richtig geil. So einsetzt er auch ... Einsetzt er jetzt beispielsweise hier ... Dann muss ich eine Wand gehen für ... So, hinten einsetzt er. Nächst wieder so. 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 Welche Iwtche 26 ... Ich schon, ich hoffe der Film hat euch gefallen, wenn ihr all, lasstdir noch dann ein Follow da, und ein Like für die Youtube Videos, und ein Abo für den Kanal. Macht's gut, bis dann, bye bye.